Generell ist es eine sehr schwere Gruppe. Es ist die Mannschaft aus Los Top 4. Dem entspricht sie nicht, weil Nizza eine sehr gute Mannschaft hat, einen sehr guten Trainer hat, einen guten Saisonstart jetzt hingelegt hat. Von daher sind wir gefordert, brauchen unsere beste Leistung. Aber ich habe es vorher gesagt, wir brauchen die Leistung, das Engagement von Bayern München vom letzten Freitag als Standard. Und dann haben wir auch Chancen, die Spiele zu gewinnen. Wir haben seit gestern wieder hundertprozentig mit der Mannschaft trainiert, waren natürlich drei Tage nicht im Training mit der Gehirnerschütterung. Und wir werden das Gespräch suchen und dann werden wir die richtige Aufstellung hoffentlich finden. Wichtig ist mir und uns, dass wir mutig agieren, dass wir so agieren wie auch gegen Bayern München. Eben, dass wir agieren, dass wir nicht mehr reagieren und dann ist es nicht so entscheidend, welche Kette es ist, ob Viererkette oder Fünferkette. Wichtig ist, dass die Mannschaft so ein Gesicht zeigt, wie wir es am Freitagabend gezeigt haben.